Okay, und jetzt seid ihr, ihr müsst die Lava nach rechts rüber geben, dass hier drüben nichts ist, genau. Ihr müsst die Lava in die Richtung rüber geben. So, und ihr, mal kurz überlegen, müsst die Lava von hier drüben nehmen. Links und rechts müsst ihr die Lava nehmen. Ja, links und rechts müsst ihr die Lava nehmen. Also hier blau, hier nichts, hier nichts. Hier blau, hier nichts. Jetzt passt es. Jetzt nehmt ihr das alles von drüben. Also haltet das, nicht die Lava, das Redstone-Gedöns. Gut, dann mache ich schnell mal noch einen Hebel. Mache ich das unten auch gleich fertig. Dann gehen wir nochmal in die Hölle und holen nochmal einen Lieferziegel. Ich will das jetzt ausprobieren. Gut, wir brauchen noch einen Introduction-Smelver. Jetzt rümm ich erstmal alles hier rein. Bis auf den Hebel. Ein Introduction-Smelver. Jetzt brauche ich noch Red. Den Redstone-Engine. Jetzt brauche ich noch Flüssigkeit. Wie heißt es denn? Wasser. Okay. Ein goldenes Wasserrohr habe ich noch, aber ich habe kein Holz mehr. Okay. Holzrohr. Und jetzt Dichtung. Eine Dichtung brauche ich noch. Dichtung. Eine. Nein, ich bin wieder zu weit. Eine Dichtung. Ich brauche noch hier. Genau. So. Kann ich euch wieder zurück tun. Ich brauche noch Energie. Gehärtete Energieleitung. Gehärtete Energieleitung. Genau. So. Man sieht, die Energie kommt immer noch nicht oben so schnell an, wie ich es gerne hätte. Der Reaktor ist ja noch am Laufen. Der läuft noch. Der ist aber auch schon voll. An sich. Ja, hier, hier, Lorium. Da hat er aber immer noch nichts gebraucht. Gut. Die Kiste will ich. Ich habe die Kiste vergessen. Aber wisst ihr was? Das testen wir gleich. Ich gehe jetzt trotzdem. Nein. Ich gehe trotzdem essen. Ich mache erst unten fertig. Aua. Ich muss mal schnell was essen. Mit dem Jetpack das Fliegen, das ist immer noch so eine Sache bei mir. So. Schnell die Axt. Da hinten ist ja eh Freiraum. Ich habe da es eh frei. So. Jetzt muss ich hier die Woodenpipe. Die Woodenpipe her tun. Hier mal schnell nochmal aufreißen, dass ich dann trotzdem noch durchkomme. Hier die Stromversorgung rüber tun. Den Redstone Motor und den Hebel. Ja. Ja. Was ist denn los? Ist hier, äh, äh. Ach, das stimmt ja. Hier war ja die Megahöhle. Hier ist ja eine recht, äh, ziemliche Höhle. Megahöhle in Anführungszeichen. So. Nehmen wir mal das Holz wieder daher. Hier hinten. Ich will es ja nicht unbedingt so sehen. So. Äh. Und hier jetzt brauche ich noch eine Goldpipe. So. Jetzt brauche ich hier noch das Holz. Und hier Holz, hier Holz. Jetzt kriegt der auch Saft. Oh, guck mal. Das da hinten gefällt mir nicht. Da will ich Holz hinhaben. Da will ich Holz hinhaben. Nicht da will ich Holz hinhaben. Da oben will ich Holz hinhaben. Hier hinten. Und hier auch. Ich will es nicht sehen. So. Okay. Solange da kein Nieferziegel drin ist, passiert da eh nichts. Die Lava geht nach unten. Au. Die Lava geht nach unten weg. Jetzt lädt der sich erstmal auf. Ja, ich muss dann an die anderen Kabel legen, sobald ich sie hab. Mir kommt das so vor, als ob der nicht wirklich hochläuft, der Elektromotor. Ich glaub, der hat auch zu wenig zum Pumpen. Ich brauch wirklich doch bald die neuen Stromkabel. Und dann muss ich hier noch irgendwo eine Energiezelle dazwischen packen. Ja. Gut. Ha 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 ha. Gut. Du wirst ja jetzt auch mit Lava dann gleich produzieren. Wie es einmal durchblinkt. Wie schaut's eigentlich mit dem MFE hier jetzt aus? Ah, schaut gut aus. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Kann man sich nicht beschweren. Fliegen wir mal kurz hoch. Heim. Hierher. Schmeißen wir... Hier. Schmeißen wir das Zeug rein. Und trotzdem, ich glaub... Truhe... Ja gut, Ruhe geht auch. Truhe... Ich bin mir schon sicher, dass das da ging. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der aus der Holztruhe rausgesaugt hat. Da bin ich mir echt sicher, dass der aus der Holztruhe rausgesaugt hat. Ich hatte das schon mal. Oder sie haben's gefixt und es geht nicht mehr. Also ich hatte schon mal eine Truhe neben so einem Ding stehen und da hat man alles rausgesaugt. Ich glaub, das war ein Pulverizer oder sowas. Und dann denk ich mir, warum ist denn alles hier pulverisiert? So, ähm... Jetzt geht's erstmal hier weiter schnell, bevor wir in die Hölle gehen. So. Ach, da ist ja überall noch drin. Ist jetzt auch blöd, wenn ich das Erz hier mitnehme. So, ähm... Schnell wieder hier alles verdoppeln. Ich will das jetzt ausprobieren. Ich brauche... Zweite, äh... Oder... Und wenn im schlimmsten Fall brauche ich einen zweiten Lava Fabricator. Und das will ich auch nicht unbedingt jetzt noch einen zweiten Lava Fabricator aufstellen. So. Jetzt können wir das hier wieder ans ME hauen. Äh... Redstone brauche ich dann auch noch. Das muss man dann holen für die, äh... Ding und Obsidian. Obsidian habe ich aber nicht so viel. Ich brauche die neuen Leitungen nämlich. Jetzt gehen wir hier runter. Wieder ab in die Hölle. Bauen wir mal ein wenig Niederrack ab. Vielleicht baue ich mal eine kleine Query oder sowas her. Also wirklich eine kleine Query nur. Nichts Tragisches. Nichts großartig Tragisches. Hier geht es ziemlich weit runter. Aber hier kann ich gut abbauen. Am besten mit der Spitzhacke nicht unbedingt mit der Axt. Hier bauen wir einfach mal ein bisschen ab. Über mir ist Lava. Oh gut, den Quarz brauche ich auch. Also da kann man sich auch nicht beschweren, wenn ich jetzt auf Quarz stoße. Bauen wir einfach mal hier so ab. Bauen wir hier rüber. Ich hätte da vielleicht ein bisschen Speed drauf tun sollen, statt Luck. Vielleicht mache ich mal sogar noch eine neue. Schauen wir mal. Eine nur mit Speed. Weil hier, äh... Luck. Haste. Ich glaube, da mache ich nochmal eine nur mit Ding. Modifiziert mit Diamant. Gut. Ich denke schon, dass... Ich bin mir jetzt nicht mehr... Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, weil er gesagt hat, es klappt nicht. Wenn nicht, muss ich halt einen Hopper machen. Das ist ja nichts Tragisches. Das ist ja schnell dabei. Ist ja ruckzuck passiert, so ein Hopper. Aber ich denke schon, dass es geklappt hat. Da bin ich mir sogar verdammt sicher, dass es geklappt hat. Ja, ich müsste auch mal die Spitzhacke reparieren. Guten Tag. Wir machen das jetzt hier drüber. Ich glaube, irgendwie kommt es mir so vor, als ob es mit den Büchern schneller geht. Also wenn ich hier... Ja, ich... So, Quarz haben wir auch mal wieder ein bisschen geholt. Das ist gut. Quarz. Ich bin mir schon sicher, dass das über... Da drüber ging. Über eine Truhe. Wenn nicht, müssen wir halt wirklich schnell einen Hopper machen. Aber der hat es doch immer aus der Truhe direkt rausgesaugt. Nö, es klappt echt nicht mehr. Also ich weiß, dass es mal geklappt hat. Das weiß ich nämlich. Das weiß ich wirklich, dass das geklappt hat. Weil ich mich da voll aufgeregt hatte damals. Der hat mir alles aus der Scheiße rausgezogen. Jetzt kann ich alles wieder einschmelzen. Da habe ich mich damals echt aufgeregt. Das weiß ich. Okay, Eisen. Dann kann ich aber hier gleich eine Eisentruhe nehmen. Dann nehme ich gleich eine Eisentruhe. So. So gehen Trichter. Weil, falls ich wirklich mal eine Quirby aufstelle, ist es wenigstens unten gleich fertig, dass ich hier... Zack. Jetzt muss ich aber dich nochmal abreißen. So. Und den Trichter da ran platziert. Und nochmal den Magmatikel. Jetzt muss ich ihn aber wieder einstellen. So. Nach unten die Lava weg. Nach unten die Lava weg. Und von drüben hat er das Zeug genommen. Jetzt hat er hier die Truhe. Genau. Jetzt tut er das hier rüber. Er feuert langsam an. Und ich... Hoffentlich ist es der Richtige. Nicht, dass ich hier irgendwie flüssigen Nieferlz auf einmal habe. Er lädt auf. Er produziert. Ich hoffe, es ist auch Lava, was der produziert jetzt. Schaut aber schon irgendwie danach aus. Lava. Gut. Also es ist schon mal das Richtige. Hier im Trichter sammelt er jetzt langsam. Ja. Es ist auf... Ja. Es ist schon mal das Richtige. Er produziert halt nicht so schnell. Er soll ein bisschen... Äh... Low. Ignore. High. Hm? Er soll einfach zusätzlich ein bisschen... Produzieren. Da ist der Lava Fabricator doch ein bisschen schneller in der Produktion. Einfach nur Zusatz ein bisschen. Dass er nicht so viel Energie... Ich glaube, der verbraucht auch nicht so viel Energie. So. Gut. Dann haben wir das fertig. Haben wir das hier fertig. Ja, jetzt wird er auch hier wärmer, weil er mehr zum Pumpen hat. Ist zwar minimal, was der jetzt hier mehr zum Pumpen hat. Jetzt ist er wieder leer. Ja, ich glaube, ich werde trotzdem irgendwann noch einen Lava Fabricator brauchen. Nicht unbedingt jetzt gleich, aber so in naher Zukunft könnte ich einen brauchen. Ist immer so ungewohnt. Ich sehe hier Creeper. So, äh... Die tun ja immer noch arbeiten. So, jetzt brauche ich einen Introduction Smelver. Und zwar den hier. Und zwar den da brauche ich. Da brauche ich einen... Wenn ein Induktionsschmelzer brauche ich einen Eimer? Maschinenrahmen und sowas? Okay. Red. So. Maschinenrahmen. Habe ich noch zwei. Da brauche ich mehr. Brauche ich nochmal Redstone. Redstone. Äh... Gold. Glas. Glas. Und Eimer. Oh, wie gewusst. Drei Eimer. Okay. Ich habe was vergessen. Kopper. Kopfer habe ich vergessen. Kopfer. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Alles bis auf eins. Jackson Smelver. Dann brauche ich noch Inva. Inva, 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 Inva. Inva. Inva habe ich auch noch. Das ist auch gut. Inva. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Inva. Inva. Und... Die Eimer oben drauf. Aber ich brauche noch einen Maschinenrahmen. So, noch einen Maschinenrahmen. Brauche ich noch einen. Jetzt habe ich hier die Induktionsschmelzer. Genau. Die würde ich dann nämlich hierher packen. Die Ausgänge sind ja an sich egal. Hier gerade. Und hier hinten die Leitungen reiße ich ab. Die braucht es nämlich nicht. Gut. Dann habe ich meine Introduction Smelver fertig. Jetzt brauche ich mal schnell hier ein bisschen Eichenholzbretter. Zack, 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 zack. So. Gut. Äh, bop, 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 bop. Die sind zwar hier fertig. Habe ich... Ich hätte sogar noch genug, um einmal zu befüllen, so. Oh, guck mal. Die Eisenbahnen haben hier... Die Bahnen haben hier nichts verloren mehr. Die müssen ins ME. So. Gut. Dann muss ich doch noch mal zur Query schauen und langsam bei der Query mal alles herbringen. Was ich habe. Ein bisschen. Gut. Ich habe alles bis auf eins jetzt reingekriegt. Bei der...